Dann wollen wir mal die Tür da unten reinpacken. Und natürlich die Laternen dran. Wir wissen ja, wo die hin müssen. Hallo. Danke. Und natürlich hier die... Klimaanlagen. Die das hier alles sehr hässlich machen. Gut. Ja, dann bauen wir hier weiter. Hä, was ist ja immer für einen Einschnitt hier. Okay. Dann müssen wir da ein kleines rein. Das ist so ein bisschen nervig hier, dass die auch dann die Größe einfach verändern können. Aber gut. Hallo. Leben mal mit. Oh, eine Markise. Machen wir dran. Hier zum Beispiel kommen keine hin. An das Ding kommen wieder die letzten Laternen dran. Ja. So, hier kommen wieder die Dinger hier dran. Das Gitter. Gut. Gut. Oh. Das hier. Okay, jetzt... Die Front ist hier nicht so schön. Ah, okay. Ich hab nichts gesagt. Sie wurde schön. Da haben wir noch das hier. Was haben wir hier? Ah, okay. Konnten wir das schon mal draufsetzen? Okay. Machen wir hier weiter. Hier brauchen wir wesentlich höher, ne? Ach, da ist wieder der Dach am Schluss. Sogar doppelt. Nice. Ach, guck mal, hier können wir auch was dranhängen. Ah, cool. Haben wir das auch schon mal weg? Und das hier mit den Dingern, glaube ich. Naja. Blümchen dran. Ist irgendwo eine Katze drauf? Da ist die Katze drauf. Man erkennt schon ein Muster von gerade, ne? Also... Oh, kein Blümchen drauf. Okay. Hier ist wieder... Oh, dafür hier zwei drauf. Okay. Sehr schön. Blümchen drauf. Und hier sind auch zwei. Okay. Hier soll ich schon auch noch irgendwo ein Blümchen drauf, ne? Nee, doch nicht. Ja, gut. Okay, hier können wir nicht weiterbauen. Dann müssen wir hier weiterbauen. Dann müssen wir hier weitermachen. Ach, hier. Können wir hier auch draufsetzen. Nein, das geht noch nicht. Okay, hier können wir nichts machen. Ich bin mal gespannt, wo die anderen Sachen noch hin müssen. Da bin ich jetzt mal gespannt. Wir haben ja sehr vieles eigentlich, ne? Okay. Oh, jetzt kommen hier wieder Fenster hin. So. Machen wir das schon mal fertig hier, würde ich sagen. Umso mehr haben wir gleich weg. Na komm. So. So. Oder hier ist er nicht. Okay. Dann. Na dann. Kein Blümchen. Kein Blümchen. Okay, okay. Ach, das ist das. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab das nicht gesehen. Blümchen. Kein Blümchen. Schade. Kein Blümchen. Blümchen. Markise. Oh, hier unten auch. Das hab ich nämlich auch übersehen. So. Hier ist dann wieder das hier. Das hier. Blümchen. Nein. Aber die haben wir noch. Und dann sind die auch weg. Schön. Schön. Dann haben wir hier. Das gehen wir nach oben einmal durch. Dann haben wir das auch. Das geht nicht weiter nach oben. Okay. Haben wir irgendwo was zum draufpacken? Okay. Es ist auf einmal einfach quer. Naja. Das ist überhaupt nicht verwirrend. Okay. Ah. Es ist hier drüben. Jetzt kommen wir erstmal hier fertig. Markise. Markise. Hier ist Bilderrahmen und so wieder. Ich würde erstmal hier gucken. Blümchen. Gut. Hier können wir hier noch mitbauen, ne? Und dann wie drüben. Ah komm, wir haben schon Dachabschluss. Okay. Wir haben schon den Dachabschluss. Da müssen wir den hier hinpacken. Ahem. Ne, das ist der kleine. Okay, das brauchen wir dann vom Subway. Aber die Fenster haben wir hier noch. So, machen wir erstmal das Dach fertig. So, top. Ne, das ist das hier, ne? Ja. Blümchen. Mehr nicht, okay. Schade. Blümchen, Blümchen. Okay, zwei Stück. Ja, sind nur zwei. Markisen. Markisen sind hier keine bei. Gucken wir mal hier. Markisen. Sehr schön. Sonst nix. Da unten ist das wieder. Mit Blümchen. Ich hab's schon gesehen. Aber nur eins. Hier geht das weiter. Auch nur ein Blümchen. Was soll das denn? Wir haben Markisen. Wir haben Markisen. Oh, da haben wir noch ein Blümchen direkt nebenan. Okay. Na gut. Wieso können wir hier nicht anbauen? Ah, wahrscheinlich, weil wir hier erst bauen müssen, ne? Ja gut. Macht Sinn. Da haben wir noch ein bisschen Blümchen dran, oder? Jawohl. Zwei sogar. Da haben wir nur noch eins. Top. Die letzten Dächer sind weg. Können wir mal das letzte, was auf dem Dach ist, wegmachen? Hallo? Einmal gucken. Wir müssen hier noch irgendwo was haben für das Rohr. Hier. Hier. Wir haben sechs Rohre, alter Schwede. Aber alle hier hin. Das ist gut. So, so lasse ich mir das gönnen. Jawohl. Ja gut, es geht. Das ist nicht so hässlich. Das ist Subway-Shirt. Die da sind schon welche dran, okay. Ach, die Fensterfronten brauchen wir noch, ja. Das bleibt ja nicht so. Gut, hier müssen wir noch markisen und so dran, ne? Und die letzten hiervon. Hier müsst ihr eh das letzte von allen dran gefüllt. Ja, da sind die letzten zwei Markisen. Gut. Da ist das letzte Blümchen. Das haben wir hier nicht. Ah, ich wollte auch sagen, hier ist doch bestimmt hier irgendwo neben. Hier haben wir zwei von. Noch. Wo könnten die Dinger hin? Das haben wir hier nicht von, okay. Die müssen irgendwo nach vorne hin. Ah, hier. Ah, hier. Und da. Und da wahrscheinlich, ne? Jawohl. So, dann haben wir die Backbuilding. These buildings back here are really tall, hm? Das stimmt, die sind sehr hoch. Dann haben wir noch die Subway. Das habe ich schon gesehen, hier oben. Gut. Dann brauchen wir erstmal hier die Dinger zu Ende. Dann den Weg. Dann die, die hier. Und die hier. Und die hier. So. So. Gut, dann haben wir das schon mal weg. Das ist ein bisschen ätzend. Ich habe durchfalsch gebaut, ey. Also. halt doof gebaut. Ein bisschen doof gebaut. Kriegen wir aber hin. Das ist alles machbar. Dann kann man das auch weg. Okay. Dann brauchen wir das hier. Vorne brauchen wir den. Ja. Top. So. Da haben wir auch noch nicht. Dann ist der ja auch weg. Und dann kommen wir schon mal zu den Fenstern. Das sind die Türen. Okay. Oh, wir haben 50 Türen zu bauen. Ei, ei, ei. Das ist ein Trümmerbruch. Alter, warum 50 Türen? Das ist doch kacke. Hätten sie einfach Doppeltüren reinmachen können. Wäre auch schön gewesen, oder? Das wäre doch auch gut gewesen. Na, egal. Machen wir das eben fertig hier. Ich meine, wir wissen ja, es ist ja jetzt schnell, ne? Es ging ja jetzt richtig zügig eigentlich. Und, ähm... Danach ist das Spiel auch erstmal wieder vorbei, ne? Weil mehr Content gibt's leider noch nicht. Muss man dazu sagen. Dann müssen wir auf die nächsten DLCs warten. Also die DLCs hier haben jetzt zwei Jahre oder so gebraucht. Mal schauen, wie viel die nächsten brauchen. Okay, hier können wir noch nichts hinbauen. So, dann bauen wir erstmal hier die Dinger auf. Oh, guck mal hier. Da ist doch noch was da. Das große. Die Bänke. Dann haben wir die schon mal weg. Dann haben wir das schon mal weg. Da ist noch das letzte große. Okay, das ist jetzt richtig ätzend hier gerade. Aber ich meine, man konnte es auch nicht richtig bauen, ne? Weil man musste ja erst irgendwie das eine hinstellen. Ich bin zu dumm. Da ist noch die andere, ne? Ah, guck mal, hier ist noch. So, dann haben wir den Aufweg. Okay. Die Leuchtreklau. So. Jawohl. Ja. Ja, jetzt so langsam wird das. So langsam wird das hier. Auch wenn es mich gerade hier nervt so ein bisschen. Das ist halt, äh... Es ist schon ein bisschen nervig hier, dass man hier so wenig Platz hat. Aber egal. So ist uns hier ein bisschen verschieden immer. Das ist weg. Hier ist das Schild. Kieße. Hier ist noch ein bisschen Tisch und Stühle wieder vor. Hier ist ein Tisch. Ach, guck mal, hier sind zwei sogar. Ach, guck mal, wir hatten ja noch was übrig. Hallo. Danke. Ach, guck mal hier. Haben wir das auch schon mal weg hier. Das sieht schon schön aus, ne? Das ist schon eigentlich ganz cool gemacht. Was ich mich frage, wann wir hier dann die Waggons hinbauen können. Also langsam wird es echt voll. Ach, da muss in der Mitte noch was rein. Ach, du Scheiße. Hä? Ist das dämlich gemacht? Naja, okay. Aber das ist ätzend. Das wird auch unten sehr ätzend jetzt gleich werden. Alter, das wird richtig räudig. Naja. Kriegen wir irgendwie hin. Aber von den 50 Türen sind auch nur noch 18 übrig. Sobald die weg sind, sind wir durch. Gut. Aber das da wieder so ein Ding ist, ne? Das ist ja völlig bescheuert. Da wirst du wieder verrückt bei, ey. Zu wild, ehrlich. Jetzt müssen wir hier in der Mitte gucken. Natürlich. Verdammt, ey. Türen hinbauen. Aber es geht tatsächlich gerade zumindest ein bisschen, also angenehmer als ich dachte. Es lässt sich gerade tatsächlich angenehmer bauen, als ich dachte. Ja, es hört hier so ein bisschen wieder auf. Die Fenster sind weg, dann. So, ja, hier können wir nicht bauen, toll. Top. Super. Ach, guck mal, jetzt können wir hier bauen, toll. Wenn wir so schräg drauf gucken, wie so ein Tropf. Naja. Da muss eine Tür hin. Hier können wir die Türen zum Glück so ansatzweise am Rand unten einsetzen. Sehr schön. Jetzt kommt nur noch die Frage. Ah, okay. Dann sind wir fertig. Nice. Top. The best way to move around in a big city. Noir City completed. Dann haben wir fertig gemacht. Jetzt können wir wieder hier so. Ja, hier ist wieder alles anklicken. Tag, Nacht Zeit ausnutzen. Okay. Machen wir Nachtzeit, dann geht das ja von automatisch an. Hey, Kitten, come down from there right away. Okay. No is a great time for a cup of coffee. Ah, hey, taxi. The heat is intense, but with this air conditioning we'll be just fine. Haben wir jetzt alle herumschaffen? Ja, eine fehlt. Eine müssen wir noch freischalten. Eine müssen wir noch freischalten. Und da haben wir so. Hurry, hurry, I can't miss this train. Ja gut. Also hier können wir noch ein bisschen was anklicken. Ja, eigentlich mehr nur Lichter ausmachen oder anmachen. Dann noch das Kätzchen. Gut. Wird auch immer das war. Ja. Dann haben wir das soweit. Ah, hier noch. Die Pflanzen. Das Abwehrschild aus- und anmachen. Dann haben wir es. Dann haben wir auch das Game zu. Na komm. 100% abgeschlossen. So muss das nämlich sein. So, dann würde ich sagen, werden wir mal hier zurückgehen. Wir sind schon zurück, okay. Dann warten wir mal auf die nächsten DLCs. Das ist ja noch Platz, ne. Sieben Fächer sind noch leer. War mal wieder schön. Das ist ein gemütliches Spiel. Das finde ich ganz geil. Würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.